Freistellen in Photoshop. Dazu habe ich ja schon mal vor mehreren Jahren Videos gemacht. Da habe ich ja schon gezeigt, wie einfach das eigentlich geht, inzwischen in Photoshop freizustellen. Aber natürlich entwickelt sich Photoshop jedes Jahr weiter. Und natürlich ist es auch in dem Bereich wieder etwas vorangegangen. Und ich zeige dir heute, wie du mit Photoshop 2023 deine Bilder richtig einfach freistellen kannst. Beziehungsweise wie du ganz einfach Motive freistellen kannst und sogar mehrere Motive gleichzeitig freistellen kannst in deinem Foto. All das in diesem Video. Und es gibt natürlich auch heute wieder was im Adventskalender zu gewinnen. Nämlich von meinem geschätzten Kollegen Bastian Werner sein Videotraining Himmelsfeuer. Da geht es darum, wie du eine Himmelsröte erkennst frühzeitig. Wie du also Wetterkarten lesen kannst und wie du diese Himmelsröte dann am Ende auch wirklich gut fotografieren kannst. Also für alle Landschaftsfotografen da draußen, die mal richtig Bock haben, so einen feurigen Himmel zu fotografieren. Den kann ich nur empfehlen, dieses Videotraining sich anzuschauen. Und wie gesagt, du hast heute die Chance dazu, das Ganze zu gewinnen. Alles, was du tun musst, im ersten Link in der Videobeschreibung einmal drauf zu klicken, dort deine E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Dann bist du automatisch in der Verlosung mit dabei und nicht nur heute, sondern auch für alle kommenden Verlosungen, die noch täglich stattfinden bis Weihnachten. Lohnt sich also auf jeden Fall, weil das Ganze ist komplett kostenlos. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich habe jetzt hier mal ein Foto offen, was natürlich relativ offenblendig fotografiert wurde. Das heißt, Photoshop sollte relativ gut auch die Haare und so weiter erkennen. Wobei man sagen muss, dass natürlich dadurch, dass es so offenblendig fotografiert wurde, sieht man jetzt hier vielleicht auch schon im Hintergrund die Haare wieder so ein bisschen unscharf werden. Also ich bin mal sehr gespannt darauf, wie das Ganze funktioniert. Und wenn ich jetzt so ein Motiv quasi freistellen möchte, gibt es mehrere Möglichkeiten inzwischen in Photoshop. Die erste und einfachste ist, wenn wir hier oben über Auswahl gehen und dann sagen Motiv auswählen, dann bekommen wir hier relativ schnell eine Motivauswahl. Also es wird einfach eine Auswahl um das Motiv herumgelegt und ich könnte jetzt hier mit dieser Auswahl das Ganze maskieren. Und schon haben wir hier das Porträt freigestellt. Und das sieht auch wirklich gut aus. Also selbst wenn ich jetzt hier mal wirklich näher heranzoombe an die Kanten heran, dann sind das hier schön gerade Kanten. Man könnte jetzt hier nochmal so ein bisschen herumgehen und bei den Haaren gucken wir jetzt hier oben mal. Aber das sieht auch alles sehr, sehr gut aus. Natürlich im Hintergrund, dadurch, dass ich so offenblendig fotografiert habe, kann man natürlich immer nochmal so ein bisschen nacharbeiten. Aber dafür, dass es mit zwei Klicks quasi gemacht wurde, ist das hier wirklich sehr, sehr easy. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Ich nehme das Ganze jetzt hier nochmal zurück. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier auch reingehen mit dem Schnellauswahlwerkzeug oder dem Objektivauswahlwerkzeug. Da kann ich jetzt hier auch einfach einmal rumgehen und dann sagen, Photoshop soll bitte das entsprechende Motiv hier an dieser Stelle erkennen. Auch das wird genauso gut funktionieren. Und schon haben wir hier entsprechend die gleiche Auswahl wieder. Auch hier könnte ich jetzt eine Maske drumherum setzen. Dann haben wir genau dasselbe Ergebnis. Es gibt auch noch eine Neuigkeit. Wenn man jetzt mehrere Motive quasi in einem Bild hat, dann kann ich jetzt hier auch einfach auf diese Ebene einen Rechtsklick machen. Und dann sagen, alle Objekte maskieren. Und dann werden auch mehrere Motive automatisch erkannt und diese dann entsprechend auch maskiert. Also geht super einfach. Ich kann jetzt hier wie gesagt das Motiv einfach erkennen. Hier einfach einmal anwählen. Dann wird das Ganze wie gesagt einmal ausgewählt. Ich kann das Ganze maskieren. Und das Schöne ist jetzt auch im Nachgang, ich kann natürlich diese Maske jetzt hier erstellen. Und wenn ich jetzt noch Kleinigkeiten an der Maske hier machen möchte, dann kann ich auch hier im Eigenschaftenmodul in der Ebenenmaske einmal nochmal auf auswählen und maskieren klicken. Genauso gut kann ich das auch hier oben machen. Auswählen und maskieren. Komme jetzt hier nochmal in einen Dialog. Kann jetzt hier zum Beispiel noch die Haare so ein bisschen verfeinern mit dem Pinsel entsprechend. Ja, da kann ich jetzt hier auch die Pinselgröße noch ein bisschen einstellen. Die Härte ein bisschen weiter runter. Und kann jetzt hier nochmal ein bisschen nachmalen und damit Photoshop sagen, guck dir die Haare hier nochmal ein bisschen genauer an. Dann wird das Ganze hier nochmal entsprechend ein bisschen verfeinert. Und dann klicke ich hier einfach am Ende einmal auf OK. Kann das Ganze auch in einer neuen Ebene mit einer Ebenenmaske nochmal erstellen. Und dann ist das Ganze hier auch nochmal verbessert. Aber du siehst, man kann wirklich sehr einfach und sehr zeitsparend hier tatsächlich in Photoshop inzwischen Auswahl treffen und auch maskieren, um bestimmte Motive in seinem Bild einfach freizustellen. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du weißt jetzt nochmal ein bisschen genauer, wie du in Photoshop freistellen kannst. An dieser Stelle nochmal kurz die Erinnerung an den Adventskalender. Einfach den ersten Link in der Videobeschreibung anklicken. Dort dann deine E-Mail-Adresse lassen und dann bist du automatisch in der Verlosung mit dabei. Sowohl für heute als auch für alle anderen Verlosungen, die noch kommen bis zum Heiligabend. Heute kannst du das Videotraining von Basti Werner gewinnen. Himmelsfeuer und ich wünsche dir dabei ganz viel Glück und wir sehen uns im morgigen Video wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020